Musik In diesem Video nun die Auslosung für den Gewinner, der die Zündleinstelluhr bekommt. Dazu haben etwa 150 Leute teilgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und die befinden sich jetzt hier in diesem Eimer und den werde ich erstmal kurz durchmischen. Okay, die Challenge ist jetzt folgende. Beim Vorbeifahren werde ich mir einen aus diesem Eimer ziehen und der hat dann gewonnen. Noch Fragen? Okay, los geht's! Ja, Glückwunsch an Sonbuko. Der Preis geht an dich. Und du schaust am besten mal die nächsten Tage in dein YouTube-Postfach. Denn bis dahin habe ich dir eine Nachricht geschickt. Und schau bitte auch in den Spam-Ordner, denn da landen die Nachrichten auch ganz gerne. Und dann regeln wir alles Weitere. Ja, zu guter Letzt noch eine Ankündigung, denn es wird in naher Zukunft ein FAQ-Video geben. Also ein Video, in dem ich alle möglichen Fragen beantworte. Fragen von euch. Und zwar besonders Fragen, für die es sich nicht extra lohnt, ein neues Video zu machen. Ihr könnt mir also unter diesem Video hier Fragen stellen und die werde ich dann in dem FAQ-Video beantworten. Bis dahin, macht's gut! Musik 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 Musik